Taste of Love mit Sehnsucht verfeinert. Von Poppy J. Anderson. Es liest Kathleen Garflich. Ab morgen ist das süße Leben vorbei, Frischling. Ich will dir deine Illusionen nicht rauben, aber mit dir als Chef waren bereits die letzten Wochen nicht besonders süß. Hayley nippte an ihrem Glas Champagner und maß Nick O'Reilly, der sie um Haupteslänge überragte, mit einem kurzen Blick. Außerdem bin ich alles andere als ein Frischling. Das solltest du längst bemerkt haben. Immerhin schlägt meine Boyabees deine um Längen. Dass ihr Chefkoch Humor besaß, bewies er, als er glucksend lachte. Oho, klingt das nur in meinen Ohren wie eine Kriegserklärung? Hayley verdrehte die Augen und wandte sich an die Frau an seiner Seite. Benimmt er sich immer so? So? Claire, die rothaarige Journalistin, die schon den ganzen Abend stolz neben ihrem Freund stand und die neue Eröffnung seines Restaurants feierte, war bestens gelaunt. Mit so meinst du sicherlich selbstgefällig, selbstbewusst, übergriffig? Hey! beschwerte Nick sich prompt. Baby, jetzt liefere meiner neuen Sue-Chefin keine Munition gegen mich. Du solltest auf meiner Seite sein. Amüsiert verfolgte Hayley Sinclair, wie die beiden miteinander flirteten, sich neckten und nicht die Augen voneinander lassen konnten. Obwohl Hayley erst seit ein paar Wochen für ihren neuen Chef arbeitete, hatte sie längst erkannt, dass er bis über beide Ohren in seine Freundin verliebt war, auch wenn er gerne den coolen Typen spielte. Und dabei war er wirklich cool. Hayley hatte bereits in einigen Spitzenküchen gearbeitet und nicht selten ihre Ellenbogen einsetzen müssen, weil sie sich als Frau in einer typisch männlichen Domäne befand, in der sie nicht immer herzlich willkommen war. Sie würde mit Nick zusammen das Bonfire zu einem vollen Erfolg führen. Endlich hatte sie die Chance, allen zu beweisen, was wirklich in ihr steckte. Die Eröffnungsparty schien ein voller Erfolg zu sein. Das frisch renovierte und durchgestylte Restaurant, in dem vor allem Holz und Stein vorherrschten, erstrahlte in neuen Glanz. Überall unterhielten sich die Gäste angeregt und der Champagner floss in Strömen. Der Anblick so vieler gut gekleideter und anscheinend extrem betuchter Menschen auf einem Haufen war nichts Neues für Hayley. Sie bekochte die Superreichen nicht nur, im Grunde gehörte sie selbst zu ihnen. Immerhin war ihr Dad Bill Sinclair. Der Bill Sinclair. Als seine Tochter kannte sie die Gepflogenheiten der Upper Class sehr gut und war froh, dass ihr Dad stets auf dem Boden geblieben war. Dank dieser Bodenständigkeit war auch sie nie abgehoben, sondern arbeitete hart für ihren Lebensunterhalt, selbst wenn sie es nicht musste. Und sie verfolgte ihre eigenen Ziele ohne das Geld und den Einfluss ihres Dads. Sie liebte ihren Vater, aber sie wollte es selbst schaffen. Glücklicherweise hatte er vollstes Verständnis dafür. Natürlich stehe ich auf deiner Seite, Nick, aber Hayley besitzt alle meine Sympathien. Schließlich weiß ich, wie anstrengend du in der Küche sein kannst. Clares Worte rissen Hayley aus ihren Gedanken. Ich bin ganz und gar nicht anstrengend in der Küche, er chauffierte sich gerade der Küchenchef empört. Ich besitze Durchsetzungsvermögen, Claire. Das ist etwas völlig anderes. Hayley, warf Claire ein, die im Gegensatz zu Nick die Gelassenheit in Person war. Was ist der Unterschied zwischen einem Küchenchef mit Durchsetzungsvermögen und Nick? Hayley verdrehte die Augen. Hey, ich hänge an meinem Job Claire und halte lieber die Klappe, bevor mich Nick feuert, ehe ich überhaupt zu kochen anfangen konnte. Weil ihr Chef zufrieden nickte und anscheinend glaubte, dass er gegen seine Liebste hatte punkten können, setzte Hayley versonnen hinzu. Und deshalb würde ich auch niemals verraten, wie tief seine Zornesfalte auf der Stirn wird, wenn der Gewürzhändler keine Guadeloupe, sondern nur Tahiti-Vanille bekommen hat. Während Nick brummte, lachte Claire hell auf. Sie schnalzte mit der Zunge und tagelte ihn. Du bist so ein Kontrollfreak. Das liebevolle Necken der beiden versetzte Hayley für eine Sekunde einen Stich, der ihr mitten ins Herz fuhr. Seit sie zurück in Boston war, fiel es ihr zunehmend schwerer, nicht an das zu denken, was drei Jahre zuvor passiert war und weshalb sie aus der Stadt geflohen war. Ja, Boston war ihre Heimat. Der Ort, in dem sie aufgewachsen war und in dem sie die große Liebe gefunden hatte. Boston war aber auch der Ort, an dem sie es einfach nicht mehr ausgehalten hatte. Morgens wach zu werden und sich zu fühlen, als hätte man ihr das Herz aus der Brust gerissen. Dass sie anschließend fortgezogen war, um erst in San Francisco und dann in Dubai zu arbeiten, war für sie eine logische Konsequenz gewesen. Sie hatte Abstand dringend gebraucht, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Wenn sie geblieben wäre, dann wäre sie vermutlich durchgedreht. Nach so langer Zeit war Hayley davon ausgegangen, dass es ihr nichts mehr ausmachen würde, zurück in Boston zu sein. Schließlich besagte doch schon ein Sprichwort, dass die Zeit alle Wunden heilte. Nun ja, in ihrem Fall traf dies offenbar leider nicht so. Zwar lenkte sie sich mit Arbeit ab und stürzte sich förmlich in ihre neuen Aufgaben, um keine Zeit zu haben, großartig nachzudenken, aber insbesondere in Momenten wie diesen, wenn sie ein Paar dabei beobachtete, wie es miteinander lachte, bekam sie einen Kloß im Hals. Und dann fragte sie sich, was geworden wäre, wenn damals nicht alles dem Bach hinuntergegangen wäre. Leider war diese Frage schmerzhaft. Wenn du glaubst, dass ich ein Kontrollfreak bin, solltest du mal Hayley erleben. Nick grunzte laut. Unser Gemüsehändler hat mir bereits damit gedroht, uns nicht mehr zu beliefern, wenn weiterhin Hayley die Abnahme durchführt. Anscheinend kontrolliert sie jedes einzelne Stück Gemüse, untersucht jedes Salatblatt und befragt dabei den armen Mann so forsch, dass der sich wie bei der CIA vorkommt. Wenn du Laschepampelmusen für in Ordnung hältst? Hayley zuckte mit den Schultern und gab sich völlig unbeteiligt. Beim nächsten Mal werde ich nichts sagen und daneben stehen, während du mit minderwertiger Ware abgespeist wirst, Chef. Nick knurrte geradezu. Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du einem auf den Sack gehen kannst? Das eine oder andere Mal? Zuckersüß lächelte sie ihn an und hob prostend das Glas. Neben ihnen erklang ein männliches Räuspern, als Andrew Knight zu ihnen stieß. Der blonde Vorbesitzer und Nicks ehemaliger Küchenchef war zur Restauranteröffnung des Bonfire aus Maine nach Boston gekommen. Hayley kannte ihn flüchtig aus New York, wo sich ihre Wege gekreuzt hatten. Die Welt der Profiköche war klein. Hey Nick, heute ist ein großer Tag, also mach nicht so ein Gesicht, als hätte Claire bereits eine vernichtende Kritik über das Bonfire geschrieben. Vielleicht ist sie mittlerweile gnädig und nimmt Rücksicht darauf, wie sehr du schmollen kannst, wenn jemand dein Essen zu stark gesalzen findet. Mein Essen ist nie zu stark gesalzen, blöckte Nick los. Außerdem schmolle ich nicht und Claire würde niemals eine vernichtende Kritik über das Bonfire schreiben. Im Gegensatz zu dem mittlerweile richtig grantig wirkenden Küchenchef versprühte Andrew Knight beste Laune. Das bleibt abzuwarten. Und warum machst du dann ein Gesicht, als wäre dir eine Laus über die Leber gelaufen? Hayley und Nick streiten sich über Zitrusfrüchte, erklärte Claire hilfsbereit, die tatsächlich eine ziemlich üble Kritik über Nicks Gerichte geschrieben hatte, als er noch Küchenchef des vorherigen Restaurants gewesen war. Himmel! Andrew sah zwischen Nick und Hayley hin und her und schüttelte den Kopf, während seine Schultern vor unterdrücktem Lachen bebten. Es gibt also doch einen Gott! Gerne hätte Hayley Claire widersprochen, dass sie nicht stritt, vor allem nicht über geschmacksneutrale Pampelmusen, aber es war viel unterhaltsamer, die Blicke zu beobachten, die sich Nick und Andrew zuwarfen. Auch ihre Mimik war sehr interessant. Während ihr neuer Küchenchef die Stirn runzelte und die Lippen aufeinanderpresste, glich der Gesichtsausdruck von Andrew dem eines unschuldigen Engels. Was soll das bedeuten, Drew? Das soll bedeuten, dass du hoffentlich herausfinden wirst, wie es ist, mit einem nervtötenden Sue-Chef geschlagen zu sein, der ständig seinen Kopf durchsetzen will. Nick plusterte sich auf. Ich war nie ein nervtötender Sue-Chef, der seinen Kopf durchsetzen wollte. Wer sagt denn, dass ich von dir spreche? Ich werde ihm nicht auf die Nerven gehen, sondern die beste Sue-Chefin sein, die er sich wünschen kann, erwiderte Hayley ruhig und in der Gewissheit, dass sie ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen musste. Da ihr Glas nun leer war, hielt sie es demonstrativ in die Höhe. Meine Herren, würdet ihr mich entschuldigen? Mein Glas ist leer. Sie zwinkerte Claire zu, stellte das leere Glas weg und ließ die drei stehen, um zum Buffet zu schlendern. Auf dem Weg dorthin griff sie nach einem neuen Champagnerglas, als ein Kellner mit einem voll beladenen Tablett an ihr vorbeieilte. In den letzten Wochen hatte sich Hayley mit ihrem Chefkoch und der restlichen Küchenbrigade mehr als nur eine Nacht um die Ohren geschlagen, um die perfekte Speisenauswahl zu kreieren, für die das Bonfire berühmt werden sollte. Der Erfolgsdruck war gigantisch, aber Hayley würde niemanden wissen lassen, dass sie sogar ein wenig eingeschüchtert war. Nein, da hielt sie sich lieber an ihr loses Mundwerk. Irgendwann würde ihr Name auf einem Restaurantschild stehen und sie würde den Ton angeben. Hayley ließ den Blick über die Häppchen gleiten und kontrollierte beinahe reflexartig, ob alles seine Richtigkeit hatte. Alle Portionen waren ansprechend angerichtet und auf edlem Geschirr serviert. Die Gäste wirkten höchst zufrieden. Dieser Abend war zwar nicht die Feuerprobe, aber das Bonfire war gut gestartet. Sie atmete erleichtert aus und beobachtete die Gästeschar, die sich in den frisch renovierten Räumen verteilt hatte. Das Prickeln in ihrem Nacken hätte sie vielleicht warnen sollen, bevor sie nach links in Richtung der bodentiefen Glasfronten schaute, durch die man die Lichter des Hafens erspähen konnte. Wenn sie gewarnt gewesen wäre, hätte sie es vermutlich geschafft, dass ihr die Gesichtszüge nicht vollständig entgleisten, sobald sie den blonden Mann entdeckte, der lässig ein Glas Scotch in der einen Hand hielt und die andere in der Hosentasche seines schwarzen Anzuges vergraben hatte. Im Gegensatz zu Hayley, die sich fühlte, als wäre ein Schnellzug über sie hinweggerollt, blieb er die Ruhe in Person, als sich ihre Blicke trafen, und nickte ihr zu. Er hatte sie also schon gesehen, bevor sie ihn entdeckt hatte. Was zum Teufel hatte er hier zu suchen? In ihrem Kopf rotierte die Frage hin und her, während er sich in Bewegung setzte und langsam auf sie zukam. Du hast ihr die Haare abgeschnitten. Das steht dir, Hayley. Sie konnte nicht einmal blinzeln und starrte ihn mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Hilflosigkeit an. Drei Jahre waren vergangen, seit sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Drei Jahre. Und er begrüßte sie mit einem Kommentar zu ihren Haaren. Auch wenn es in ihren Fingerspitzen kribbelte, automatisch ihre kurzen Haare anzufassen, die früher bedeutend länger gewesen waren, zwang sich Hayley dazu, es nicht zu tun. Stattdessen erwiderte sie beinahe kühl, Scott. Er lächelte knapp, nicht unfreundlich, jedoch auch nicht besonders warmherzig. Dabei war Scotts Lächeln immer etwas Besonderes gewesen. Sobald er sie angeschaut hatte und sich dabei seine Mundwinkel gekräuselt hatten, war ihr regelrecht warm geworden und ihr Herz hatte schneller und schneller geschlagen. Scott hatte diese eigenartige Magie über sie besessen. Er hatte sie nur anlächeln müssen, um Hayley weiche Knie zu bescheren. Jetzt konnte sie lediglich daran denken, dass ein Lächeln aufgesetzt wirkte und dass auch seine dunkelgrauen Augen nicht den humorvollen Schimmer besaßen, den sie noch von früher kannte. Was tust du hier? stieß sie mit einem Krächzen aus. Eine dunkelblonde Augenbraue wanderte in die Höhe. Ich stehe auf der Gästeliste, falls du das wissen willst. Beinahe hätte sie mit den Zähnen geknirscht und sich selbst in den Hintern getreten, dass sie vorher nicht wenigstens einen kurzen Blick auf die Gästeliste geworfen hatte. Scott hatte sich in den letzten Jahren zu einem der einflussreichsten Männer der Stadt gemausert. Sogar bis nach Dubai war die Kunde von seinen Erfolgen gedrungen. Mit einer Investition in ein marodes Unternehmen, das sich dank seines Engagements innerhalb weniger Monate zu einer rentablen Firma gemausert hatte und für eine Rekordsumme verkauft worden war, hatte er nicht nur ein Vermögen gemacht, sondern galt nun auch als unternehmerisches Wunderkind. Hayleys Stimme klang nicht ehrlich, als sie sagte, herzlichen Glückwunsch zu deinem Aufstieg. Danke. Über wie viele Leichen musstest du dafür gehen? Seine Antwort bestand aus einem schwachen Lächeln. Als es zweistellig wurde, habe ich aufgehört zu zählen. Sie fand das nicht besonders lustig. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurück nach Boston kommen würdest. Hayley wusste nicht, weshalb seine Worte ihr ins Fleisch schnitten. Auf jeden Fall wollte sie ihm nicht zeigen, dass er sie verletzen konnte und hob deshalb das Kinn, um sich möglichst unbeteiligt zu geben. Das Angebot war verlockend. Das kann ich mir vorstellen. Taxierend ließ er seinen Blick über ihr Gesicht wandern. Ein neues Restaurant, ein junges Küchenteam und ein ehrgeiziger Küchenchef. Hier musst du ganz in deinem Element sein. Darauf erwiderte Hayley nichts. Eine andere Frage gebrannte ihr auf der Zunge. Die Frage, was er hier tat. Sie hätte nämlich einiges dafür gegeben, ihn nicht zu treffen.